Der Kriegsblutclan wuchs. Schon bald, viel schneller als ich vermutet hatte, gab es nur noch zwei Kriegsfürsten in Falkenheim. Den Plünderer und eine boshafte Mörderin namens Sif. Da viele Anführer des Kriegsblutclans als Geiseln gehalten wurden, war der Konflikt unausweichlich. Ja, ciao. Nach einer Folge von Honor. Oh, da habe ich es nicht. Okay, wir können noch drei Ecke Gäste machen. Verschiedene Gäste. Das ist barbarisch. Du hast auch schon Skalps genommen. Das zählt nicht. Dann, äh, warten wir auf dein Zeichen. Dann, äh, warten wir auf dein Zeichen. Also. Wir haben drei Wege. Zwei Ziele. Vor tausend Jahren wurde Falkenheim von einem grossen nordischen Reich beherrscht. Ich frage mich, was noch unter der Erde begraben liegt. Oh. Scheisse. Ich muss mal mehr Abwehren. meine Abwehr ein bisschen verbessern. Komm, greifen. Aber ja, gegen links. Das ist schnell nicht. Warum wir da nicht. Jetzt greift er hier. Ja, guck, auf den letzten Zocken, mit so einfachen Gegner. Aber das wird gut gekriegt. Jetzt noch mal zurück. Ich hoffe, es stört auch niemand. Oh, da kommen sie wieder alle, schau. Oh, weg, weg, weg. Ich habe leider meine Dinge nicht mehr. Meine supergeilen Feuerbomben waren super. Oh, oh, oh. Yes. Das hilft mir. Aber es killt sie nicht mehr gleich wie früh. Da kommt viel Schlag hinten an. Erst. Etwas Stahl sammeln. Oder auch nicht. Komisch. Ich brauche das noch mal. Kriegsblutgefangene. Ich musste sie befreien. Okay. Okay. Betäuben. Oh, fuck. Komisch. Komisch. Das klappt bei mir nicht. Das klappt bei mir nicht. Mit sich. Okay. Ja. Was machen wir schon mal? Oh, nein. Oh, nein. Okay, wir lesen. Ich habe mit diesen Spezialmanövern echt Schwierigkeiten in diesem Spiel. Das klappt bei mir nicht. Was haben wir jetzt mit ihm raus? Das ist ja nicht cheater, das ist einfach den einfachsten Weg zu suchen. Rauswerfen, das Zeug. Was ist das? Da kann ich runterrutschen, oder? Ich gehe noch nicht zu früh hinauf. Super. Guter Junge frei. Da ist auch nur einer, oder? Ich habe nur einer gesehen. Und jetzt der mit mir, oder? Ja. Da hat es sicher auch wieder einen Sichtpunkt gegeben, den ich übersehe. Ich werde die nie arbeiten. Ich komme hier unten rum. Meine Jungs warten hier. Ich kann hier nicht zurück zu meinen Leuten. Wikinger in Käfigen. Nicht mit mir. Die Wikinger beten die Götter des Waldes, des Sturms und der Steine an. Die Götter der Samurai sind die des Feuers, des Windes und der Gedanken. Die Götter der Ritter sind Eisen, Stahl und Gold. Und die Macht. In dem Punkt sind wir uns alle ein. Ja. 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 Die Furi. Ich schätze das war das Zeichen. ness die 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 Pfff. Heldopfen. Das ist eh nix mehr. Rese people of color. Heldopfen. Durch unser Vorbild haben wir Ritter den Wikingern ungewollt die Kunst der Belagerung beigebracht. Ich glaube im Gegenzug brachten sie uns bei frei zu leben. Oh. Lecker. Äh. Noch eine Nummer. Ich schaue noch schnell ob wir noch Aussichtspunkte finden. Es sieht so nix nach Leuchtepunkten aus. Nö. 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 der wahre kampf begonnen das klappt bei mir nie mit einer die erde mit ihrem blut gekämpft für die fritten das alles ohne blut was blündert er was machst du denn beim kriegsblut du redest zu viel das nervt ich wehre doch ab aber das mit dem es geht bei mir nie mit dem Schlag sorry also sorry ich habe es ganz einprobiert links, vorne so so ich hoffe das klappt ich wehre ab aber das nützt nichts im Fall halbe Energie weg obwohl ich du wirst hier und heute sterben halt das äh du hast deine ich liebe dich guter ich bin die grösste Kriegerin aller Zeiten ich bin weg aus ich bin weg aus ich bin weg aus ui schwenken jetzt rache, komm und dann pfem das alte Blutrecht sitzt tief in unserem Volk jawohl wir waren endlich wieder vereint waaaaah endlich es wird Zeit unsere übrigen Gefangene zu befreien Wo wart ihr so lange? Fikinger suchen die dich noch nicht, Arschen? Habt Dank, Krieger, lieber. Enttäusch mich nicht, Jarl. Oh, du gepäst. Nun, war es Zeit, unser Geburtsrecht einzufordern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017